Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare. Heute mit 1.000 TP-Speed und es wird mal wieder Zeit, Messer zu werfen. Messer her! Ah, dammit! Ich lieg fast in Führung? Ne, sehe ich nicht so. Ach komm, Alter! Ist das schlecht gewesen, ey! Ich hab kein Messer mehr. Moment! Oh, der war eigentlich schön. Warte, ich muss mal Messer einsammeln. Oh, Mann. Moment, Sepp! Äh, Jay! Ich hab keine Messer! Scheiße, ich hab keine Messer mehr. Wenn der das erste halt daneben setzt, bist du halt am Sack. Scheiße! Hui! Als ob Jonathan das macht. Der war schön. Ja, gelaufen. War krasser Skill, ne? Oh, scheiße. Hey, von unten runter, oben runter ist ja unfair. I have the high ground. Und... Was? Auf die Entfernung? Alter... Oh, Alter! Ja, Mann! Im Springen? Ja, hab ich dir. Im Sprung hab ich dir. Yes! Oh, mal hinter mir ist einer. Ja! Bleib jetzt hier! Hallo! Rage! Ach komm, fuck you! Leck mich doch! Ja! Komm, ey, jetzt hast du mal das Feedback gemacht, du Arsch! Ja, erster Kill! Mach mal nicht! Mach mal nicht! Erster Kill? Oh, er ist extrem belastend. Nein! Nein! Fehler! Zweiter Kill! Christian! Komm mal, lass mal! Oh, ich hab einen gesammelt. Oh, Mist! Nicht mehr, Jay! Scheiße! Oh! Hey, Christian steht so weit weg, ich kann den nicht hören! Komm, ey! Komm, ey! Ja, dich treff ich natürlich, aber ich steh vor Christian, den mach ich nicht! Nee! Oh mein Gott! Ist okay! Nee! Moment! Scheiße! Ist das dumm! Alter, das ist hier teilweise ja Bahnschiene, ey! Jetzt hier! Ach, Scheiße! Oh! Oh, fuck! Okay! War ein Sneaky! Ey! Warum lädt ihr meinen Kopf nach? Uh! Moment! Gibt keiner! Pass auf! Alter, hier sind drei?! Triple! Dammit! Warte den! Nein! Nein! Was halten die alle? Ich lad die ganze Zeit meinen LP5 nach! Ja, wenn du einmal aufgesammelt hast! So, die musst du auch mal machen! Warte, fuck! Au, au, au! Das kann doch nicht sein, ey! Das gibt's nicht! Nein, 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 nein! Nee, ich kann nicht! Moment! Ich brauch ein Messer! Nein! Jetzt gerade! Moment! Nein! Ich brauch ein neues Messer! Nein! Wer hat denn mein Messer geklappt? Lass doch nicht nach, du Wurst! Das gibt's ja nicht! Ey, geh mal weg da! Nein! Yo, Double Kill! Oh Gott! Das ist hier einfach pures Chaos! Oh Mann, Adouan! Ey, da mischt sich jeder einfach ein in dieses... Ja, echt? Kein Messer! Hier ist einfach jeder mischt sich ein! Wer mich gekriegt hat... Yes! Hey, lächerlich! Ja, ich bin schneller als... Lächerlich! Ach, scheiße! Ich bin langsamer als du! Ja, moin! Ne, so nicht! Mann! Was ist hinter mir? Okay! Okay! Boah, das ist einfach komplett ADHS hier gerade! Das ist der absolute Oma-Ransinn! Alter! Du hast 17! Du hast fast doppelt so viele Kills wie ich! Ja, das meinte ich halt! Das ist einfach crazy! Das ist wie... Ah! Deswegen ist der umgefallen! Ich wollte gerade sagen, der ist umgefallen, aber wir haben keinen Kill gekriegt! Oh Mann! Der hat kein Messer mehr! Oh Mann! Alter, das ist doch scheiße! Du machst einen Weg und hast kein Messer mehr! Oh! Oh! Nice one! Okay! Oh Mann, ey! Wieder hinten! Oh! Kleine Wurst! Ja, das müsste er jetzt echt 15 Minuten noch durchhalten! Krass, ey! Du was hättest hier, Mann! Ich konzentriere irgendwas da aus! Oh, fuck! Oh! Der war schön! Ne, Jonathan! Hey, Christian! Lalalala! Die werfen alle auf mich gerade! Hä, wo sind denn alle? Ah, die werfen alle! Hallo! Als ob du da hängst! Ah! Nein! Da warst du in der Ecke! Damit hab ich nicht gerechnet! Nein! Kein Messer! Nein! Ich hab auch kein Messer! Ich hab auch kein Messer! Ein Vormesser! Ach, leck mich doch am Arsch! Ach, Scheiße! Ach, Scheiße! Ach, Cha-Jay! Biss dich da ein... Cha-Cha-Jay! Cha-Cha-Jay, ja! Mann! Eins abhär! Jetzt stirbt doch! Das kann doch nicht sein! Ja, geht doch, ey! Meine Fresse! Ich hab bestimmt fünf Messer geworfen! Hehehehe! Rechn jetzt! Oh nein! Oh! Wir werden dann die Taktik! Oi! Nickel, oder warum? Alter! Was? Ähm... Ha-ha! Hast du nicht mit gerechnet! Ha-ha! Ha-ha! O-kay! Was? Ha-ha! Ich hab keinen mehr! Oh mein Gott! Ey! Hab ich den Fallscher gekriegt! Ja! Aua! Ich glaub, es waren fünf Leute oder sechs! Ich glaub, es waren fünf Leute oder sechs! Ey! Hey! Was ist denn? Hey! Ich kann nicht! J! Scheiße, Mann! Hat am Abbau! Keiner gesehen! Okay, doch! Ne, Moment! Jonathan! Alter! Warte mal ganz kurz! Ah! Lecker! Ey! Oh, ich hab kein Messer! Hoppla! Okay, Moment! Ich muss auch erst mal eins und sammeln! Oh ja, hab auch kein Messer! Nein! Okay, treffen wir uns wieder? Ja! Alter! Ja! What? Ja! Reicht mir! Ach, scheiß! Reicht ihm auch! Ah, Mann, ey! Von hinten! Ach, komm mal! Gibt es nicht! Oh! Ess ich mal so ein... Kommt das schon in der Shield? Ja, kann ich auch essen! Ja, ich hab ein bisschen mit mir hergerannt! Ich weiß! Aber ich freu mich da drüber, wenn ich das mal mache! Oh, ne! Zing, zing! Ich mein Zepp! Zing, zing! Scheiße! Christian! Ach, Christian! Ich konnte dir nicht helfen! Stieren! Chris! Wer auch immer! Mann, 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 Mann! Oh, nice! War das ein Problem, das Wagen? Christian, Schlageller! Geht doch! Ach, komm, Ramm! Ähm, Moment! Ach, komm! Hey, Moment! Huah! Hey, was machst du denn du? Huah! Mess das auf, ey, die Scheiße! Eier! Wieso sterben die alle um mich rum? Du machst das crazy! Huah! Uff, slide! Ach, komm, ey, das kann doch nicht sein, dass wir den nicht treffen! Okay, ich hab' ich... Hinter mir! Oh Gott! Habe ich! Habe ich! Hinter mir! Ne, Moment! Ich hab' doch kein Messer! Oh Mann, ey! Das ist okay, Bram! Für mich zumindest! Okay, den krieg ich! Ey, das ist ein Witz! Okay, jetzt aber! Alter, ich hab' das... Wie oft kann ich an Zepp bitte vorbeiwerfen?! Das kann ich... What the fuck?! Heute war'n tot! Was?! Alter! Christian! Ich hab' kein Messer! Yes! Ach komm, von hinten! Scheiße! Peter! Ich bin ja einfach... Scheiße! Ich bin ja einfach... Ah, Mann, ey! Peter! Ach, wie viele Leichen hier sind! Leichen pflastern ihren Weg! Scheiße! Ach, Christian! Ja, genau! Hä? Was? Hallo! Ich hab' nicht mal ansatzweise in deine Richtung geworfen! Oh Gott! Ach komm, Peter! Nee! Ich war doch noch nicht so weit! Oh! Nein! Scheiße! Alter! Nein! Ich hab' einfach kein Messer auf! Das Maul! Jo! Hab' ich hier einfach über die Schulter geworfen! Oh Mensch! Wieso hab' ich den an dir vorbeigeworfen? Tja, das passiert! Moin, ich möchte jetzt fahren und jetzt mach' ich was! Jetzt mein'n Killer mit! Ob, Christian! Du noch so viel Messer hast! Nee, Moment mal, Peter! Dahinter dir! Ich hab' gerade einen Weg gemacht! Hallo! Hey! Seh, Moment! Warte, warte! Boah, das war'n Weitwurf, Junge! Oh, das war... Scheiße! Ich hab' kein Messer mehr! Weißt du, ich bin der schlechteste in Kills, aber auch noch fast der schlechteste in Deaths! Vielleicht soll ich mich einfach... Mann! Oh! Mehr Action, Bram! Mehr Action! Wie kann ich doch mehr Action machen? Wieso hast du drei? Ich hab' eins aufgenommen von dem, was du gefallen gelassen hast! Wieso treffen wir nicht? Okay, haben wir... Was ist das denn? Ach komm, ey! Das gibt's doch nicht! Ist das billig? Ha! Scheiße! Man, die spawnen vor einem, ey! Ja! Wir sind beide... Nee! Bram, ey! Warte! Das war daneben! Ach, Scheiße, ey! Ich hab' kein Messer im Moment! Ich muss ja einmal durch! Immer eins! Ich mach' jetzt ganz langsam! Warte! Ja, genau! Hast du geätzt ne Down-Phase grade! Dammit! Drei, ich will dich da wieder raus, Jay! Danke! Oh Gott! Oh Gott! Boah! Ach! Von der Seite! Alter! Ich... Bin auch einfach nur ne Puppe hier in dem Spiel! What?! Oh ne süße Puppe! Komm her! Pippi! 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 Dammit! Wie kann ich das so versaut haben? Wie kann ich das so versaut haben? Ach komm, Christian! Alter, ich bin so ein Opfer! Ich hab' kein Messer! Oh Mann! Ja, pass auf! Wir machen jetzt... Boah, jetzt noch... Hääääh! Häääh! Häääh! Ach Gott! Was sagt er denn grade? Was passiert hier? What the fuck? Du... 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 Geh' die Sache! Scheiße! Oh, stimmt! Ich hab' kein Messer! Neee! Jetzt sammle ich den Kaltz auf! Neee! Jetzt aber! Zack! Oh Gott! Oh Gott! Ich hatte'n Messer und jetzt einfach alles dran... Oh, jetzt geht's grad wieder into it! Ich bin in the game! Oh, dir war'n schön! What? Okay, der war'n... Scheiße! Einfach nicht wie Nuster funktioniert! Oh, vier! Komm! Fünf! Moment! Oh, warte! Nein! Tuck dich doch nicht so! Nein! Oh, der war'n... Oh, der war'n... Chirurgisch! Hm! Ja! Okay! Ah, der ist vielleicht doch ein bisschen bloß! Waffe nach! Ich hatte keine Waffe! Ey, wird ruhig von hinten! Hihi! Jawohl! Double Kill! Triple Kill! Okay, das war echt! Egal! Out! Out! Das reicht ihm, weißt du! Dammit! Ah! 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 Ach komm! Bram ist aber auch freudig gerade! Ja! Wuhuhuhu! Oh, der war'n nice Bram! Oh, schade Triple nochmal! Ach komm! Boah, Container ist aber auch dumm! Nein, ich hab' keinen mehr! Dammit! Hey! Ich hab' vier Ehr'n getroffen! Das ist total dumm! Manchmal hat man drei besser, manchmal zwei! Das ist voll belastend! Ach komm ey! Es ist so lächerlich! Was bist du denn so am rumsneaken? Ja, weil ich im Wurf war schon! Oh, scheiße! Hui! Das soll nicht wahr sein! Das soll nicht wahr sein! Peter! Ja, endlich! Oh, Chris! Ah, ist doch noch nicht so gemein! Ich hab' kein Messer! Nee! Ja, ich auch nicht! Ich bin nur 16 Kills hinter dem nächsten! Haha! Ich sieh's! Alter, wie! Hier auf die Tasten hämmer! Das ist ja der Wahnsinn! Bist du an mir vorbeigelaufen? Boah! Jetzt hab' ich alle Messer weggeworfen! Ey, ich bin gerade erst gespawnt, Mann! Ja, entschuldige bitte! Da kann ich doch keine Rücksicht drauf nehmen! Ja, ich reg' mich über das Spiel auf! Ich bin gerade erst gespawnt, Mann! Don't blame the game! Blame die Player! Neuer Superheld! Oh Mist! Gib mir mal einen! Nein! Alter, du kommst einfach nicht an Cesar ran! Das gibt's überhaupt nicht! Nee, Jay! Ich hab' keine Waffe! Ich hab' keine Waffe! Ich dachte, ich hab' nicht gespawnt! Hier muss ja rein! Nein! Oh Gott! Ah! Es sind ja jetzt drei Leute stehen in der Ecke! Okay, ich mach' das vielleicht! Ne, Moment! Jawohl, Christian! Jetzt nie! Christian, hinter dir! Oh Gott! Ich hab' keins mehr! Ah! Oh! Hab' ich jetzt wieder eins? Nein! Nein, immer noch nicht! Ich schreit so nervös! Unfassbar! Ich bin selber nervös! Oh Gott! Ist warm! Oh, warte mal ab, jeder! Nein! Da kommt doch Jay! Ja! Und Christian läuft gerade aus dem Container heraus! Wird beworfen! Jonathan läuft noch hinzu! Hat ihn getroffen! Auf jeden Fall! Schafft es jetzt! Läuft deine Treppe vorbei! Versucht mich ab! Versucht den Kommentator abzuwerfen! Ich schnauze sie jetzt! Hey! Geh' mal weg da! Lass mich hier mal kommentieren! So! So, weiter geht's! Jonathan rennt gerade Sebastian hinter der anderen! Sebastian! Ach komm! Das hat jetzt gegenseitig gemacht, ey! Sorry, Abraham! Aber das ist schön kommentiert! Sepp, niemals stehen bleiben! Das ist die absolute Regel! Aber wenn ich ziele, dann wird er langsam! Ja, trotzdem! Ja! Immer rennen! So! Christian läuft hier in die Mitte! Läuft hier zu den Containern! Ja! Christian und Jonathan bieten sich ein Bette! Oh Gott! Beide werden das machen! Beide rennen weiter! Laden nach! An dieser Stelle! Christian rennt mich zu! Das ist mir egal! Ich stell mich jetzt hier hoch! Nein! So! Christian steht mittlerweile auch noch auf dem Container! Jonathan lässt sich nicht gefallen! Ist abgeworfen worden! Ich fehl' die ganze Zeit keinen! Sebastian! Wir stehen gegenüber! Sebastian! Sie stehen voreinander! Werfen sich ab! Jonathan rennt jetzt durch die Mitte! Christian versucht wieder auf den Kommentator zu werfen! Aber Peter lässt sich da nichts befallen! Reckt Christian hinterher! Christian dreht sich um! Schmeißt mit dem Messer! Und wirft leider Peter vorbei! Ich hab' die Schmerze! Ich hab' dich nicht mehr angedriffst! Was ist das für ein Kommentator? Ne! Ach scheiße! Ich durfte nicht mehr reden! Peter ist einfach der absolute Obershit! Der ist der Endgegner in dem Spiel! Echt! Wirklich! 83! Holy Shit! Als ob ich durch euch durchgeworfen hab! Zwei Stück! Und dann! Ach ja Sebastian! Ich hab' keinen mehr! Hihihihi! Was eine Scheiße! Alter Falle! Alter! Das war aufregend! 85! 85! Hohenschutz! Ich bin am schwitzen! Das war wieder eine gute Folge! Vom Messerwerfer! Das war mein leckigen Schmatterkill! Ja, leck mich am Aft! Ich hab' kein festes Spiel! Was ist das zu? Keinster Leckwerfer! Richtig, dass wir das gesehen haben zu Ende! Na gut! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschüss! Tschüss!